Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor und ich versuche mich jetzt an was zu gewöhnen. Wir haben in der letzten Aufnahme nämlich festgestellt, dass es super funktioniert hat im Kampf gegen Dagan, gegen den wir in der letzten Aufnahme gekämpft haben. Es kann super funktionieren, einfach mitten in der Kampfkombo den Waffenmodus zu wechseln. Ah, interessant. Wenn wir blocken, werden wir die Waffen wechseln machen. Das Waffen wechseln geht irgendwie auch nicht so ganz. So. Okay, wir können die Animation also ein bisschen skippen. Verstehe. Okay, das ist gut. Also, das möchte ich versuchen ein bisschen einzubinden in den ganzen Spaß. Aber wir haben ein paar Pläne. Zuerst mal haben wir noch ein Gerücht, weil... Oh Gott, wie viel hat sich hier aufgetan? Wie viel hat sich hier aufgetan? Unser Auftrag ist auch, Ravis auf dem zerstörten Mond zu finden, aber das werden wir nicht jetzt machen. Was wir heute machen werden, ist nach Coruscant zu gehen und die Gerüchte hier erstmal abzuschließen. Zuerst die Gerüchte, dann Coruscant. So ist die Idee. Entsprechend schauen wir mal, warum das hier ein Gerücht wäre. Von ihm. Du kommst also von Coruscant, was? Stimmt. Und du? Von hier. Aus diesem Sumpf? Nein, von Kobo. Faszinierend. Eine Einheimische. Du musst mir alles darüber erzählen. Genau, erzähl mal. So, ich muss kurz was prüfen. So. Ja, genau. Das war ich noch im Call. Hey, Sig? Hallo? Okay, gut, wir gehen. Aus irgendwelchen Gründen sagt uns das Spiel, dass hier ein Gerücht wäre. Oder ist das Gerücht, ihr einfach zu helfen. Und das andere Gerücht lösen wir und dann läuft das. Jedenfalls haben wir neue Fähigkeiten freigeschaltet. Wie zum Beispiel das hier. Das ist schön, dass wir das kennen. Dass wir die Sachen jetzt einfach heben dürfen. Hätten wir vielleicht gegen Dagan benutzen können. Aber wie immer, wenn man neue Sachen lernt, experimentiert man nicht genug damit. Also, prüfen wir, was da hinten auf uns wartet. Mhm. Sieht alles sehr ungesund aus. Aua. Oh nein. Nein. Nein, ich will nicht. Ich will nicht im Sumpf untergehen. E. E. Lass mich E drücken. Ich will nicht durch die Welt fallen. Nein, nein. Okay, da ging es weiter. Ehe drücken. Ehe drücken. So. Okay. Darüber kommen wir da hin. Hier gibt es einen Aufzug. Funktioniert der schon? Warum funktioniert der Aufzug schon? Das beängstigt mich. Also, wie gesagt, wir wollen versuchen, das hier vielleicht auch da einzusetzen. Das wird Sachen viel einfacher machen. Wir können nämlich mit dem Zweischwerterstil wunderbar einfach parieren und dann mit dem Großschwert panischen. Wenn das Spülens ist erlaubt. Wir sind überhaupt in die richtige Richtung unterwegs. Ah, hier ist eine Abkürzung. Warum sind wir hier unterwegs? Das war schon wieder nicht, wohin wir hinwollten. Ach, hier sind wir damit. Oh, ich verstehe. Der Sumpf schließt an dieses Höllengebiet an. Nun, hier wollen wir gar nichts tun gerade. Aber schön, dass die Gegner da verbunden sind. So, und wieder runter. Es ist wie immer das Übliche. Nachdem wir Story weitergemacht haben, wird erstmal ein bisschen erkundet mit den neuen Fähigkeiten, die wir freigeschaltet haben. Oh! Moment mal. Nein, da noch nicht. Da war der Weg draus. Verdammt. Da habe ich eine Etage verpasst. Okay, hier in diese Richtung müssen wir bedenken. Ah. Ich sehe. Mistdinger, mit denen wir noch nichts machen können. Danke, Spiel. Aber eine Kiste. Hartnäckigkeit. Ist das eine Pappwand oder ist das ein Grafikfehler? Oder einfach nur Schmutz? Es ist eine Pappwand. Okay, gut. Ich hatte mich gefragt, wie wir ansonsten da runter wollten. Oh. So, ich hätte das genommen. Ich müsste kurz mal darüber nachdenken. Nein. Wow. Nein. Wir werden sterben. Okay, wir können das auch nicht mehr hochheben. Wir hätten darüber springen können, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sehe. Ich denke, ich verstehe. So. Hallo Echo. Huch! Abscheulicher Bockling. Was? Aus Dunkelheit der scheinbar endlosen Tellgruben des Sumpfes erschienen eine so geheimnisvolle und furchtende Kreatur, dass die Prospektoren die Flucht ergriffen. In Wirklichkeit ist es nur ein klebriger Bockling. Mach ihn sauber. Niedlich. Da ist ein Stim-Behälter. Der Sumpf... Was nun? Wir müssen den anderen dagegen heizen. Nein! Nein! Ich schleiche in so einem Schrecken von mich zusammen. Mit zwei prügel ich mich nicht. Kämpfe mit mir. Mit zwei prügel ich mich. Das hätte das Spiel vergessen. Okay. Nein! Wir brauchen Stim! Wir brauchen Stim! Wir brauchen Stim! Gut, jetzt das Problem. Ich hätte das Teil da oben nehmen müssen. So. Gibt es eine Abkürzung, die wir freischalten können, damit das nicht so schrecklich wird. Aber die Vermutung, dass wir erst gegen Ende des Dymns nach Chorysand gehen, ist vielleicht nicht zu abstrus. Wir haben sowieso keinen Loot. Äh, keine... Keinen Tollsan. Okay, geht einfach. Wir werden gemeinsam kämpfen. Warum bist du pissig auf mich? Warum bist du pissig auf mich? Warum? Spiel! 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 Einfach nur Buggy! Was war das denn bitte für... Was war das denn bitte für ein Arschloch-Move? Das Spiel sagt, nö, ist nicht. Und dann war's das. Können wir den Sumpfschrecken vielleicht einfach mit Supermacht in den Teer reinschieben und dann war's das? Warum? Warum? Warum treffe ich auf den verdammten Boss? Ich wollte doch nur... Ist der zu, wie ist das Gerücht? Er ist das verdammte Gerücht. Und da ist ein kürzerer Weg dahin. Ich verstehe, wir gehen gerade den längstmöglichen Weg dahin. Äh, wir kommen dahin. Kommen wir dahin? Ach nee, hier ist ne. Okay, ich verstehe. Hier ist ein Gerücht, klar. Für sieben Sumpfschrecken. Und... Hier ist ein Gerücht. Hilfssieg im Sumpf. Ja, und dafür müssen wir diesen scheiß Sumpfschrecken. Okay, gut. Das war das Gerücht, das wir machen mussten. Spiel! Ich hasse dich. Boah, wir kriegen dadurch wirklich viele Punkte zurück. Halt er sie auf. Aua. Oh Gott. Nö! Das ist doch, Alter, nur peinlich. Da hätten wir drüber springen müssen. Ich wollte näher rangehen, um mir zu schauen, ob wir ihn runterschieben können. Aber der Spieler hat gesagt, ne. Bleib mal weiter weg. Okay, gehen wir wieder zum Scheiß Sumpfschrecken zurück. Veni, vidi, vidi, olini. Da kam unsere Handvergeigte. Beim ersten Mal waren wir überrascht vom Boss. Beim zweiten Mal war er definitiv das Spiel schuld. Jetzt gerade war es ein bisschen übermut. Das gebe ich zu. Ich bin dein Verbündeter. Ich bin wirklich keine Bedrohung. Nimm mich nicht ernst. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah. Okay. Boah. Er schmeißt Kotze auf uns. Easy. Gar kein Problem. Stim. Klopf, klopf. Gib mir den Stim. Easy first try. Stims kann man immer brauchen. BD ist super. So, das ist getan. Nein. Okay, vorsichtig. So, du Fluttermann, bringst mich dann wahrscheinlich rüber zu dem lustigen Teil da hinten. Nein. Fluttermann. Bring mich rüber. Und sehr hoch. Nächster, wohin das da hinten führen will. Wir haben keinen Grund, uns gerade auszuruhen. Das Vieh ist tot. Das war nicht das, was ich euch tun musste, nicht wahr? Was musste ich für euch tun? Was musste ich für euch tun? Wir mussten sinken ein Nest hoch. Hier in der Nähe, nicht wahr? Da oben. Da oben nehme ich an. Ja, da oben. Ich sehe die... Die Sache zum Packen schon. Gib mir das Datenpad. Ich würde sagen, das ist ein Datapad. Oder was davon übrig ist. Komm. Überbringen wir die Nachricht. Wir haben das umsonst gemacht. Na gut, das war ein anderes Gerücht. Hey. Schlechte Neuigkeiten, Winnie. Das Datapad war total kaputt. Oh, meine Entwürfe. Sie sind für immer verloren. Tut mir leid, Winnie. Ich werde versuchen, im Außenposten etwas für dich zu organisieren. Nochmals danke. Kein Problem. Ist der Winnie jetzt rekrutiert? Ja. Wir sehen uns vielleicht in der Kantina. Nach dieser Tortur könnte ich eine Erfrischung vertragen. Monk mixt seine Drinks mit viel Alkohol. Monk? Ist das hier ein Klosterplanet? Oh Gott. Hier. Ich bereue alles. Hätten wir dich einfach im Sumpf verrecken lassen können. Wir sind die Guten. Also. Erstmal eine Pause machen. Gut. Kurz überlegen. Wir haben hier. Das Moor. Angeblich. 100% erkundet. Das ist eine erfahnte Lüge. Ein Schatz gibt es noch. Zwei Essenzen gibt es hier noch. Und eine Truhe gibt es hier auch noch. Ich glaube, 100% erkundet im Sinne von, was hier als existiert. Okay. Das möchte ich noch rausfinden, was da ist. Dann machen wir eine schnelle Reise rüber. Dann wird uns wohl kaum jetzt zu einem weiteren komischen Boss halt rüberfliegen lassen, oder? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Und wo kommen wir hier hin, ist die Frage. Ja, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Komm schon. Tschüss. Jetzt wird's klappen. Aber ganz knapp. Ah. Was ist das? Eine Kammer, nicht wahr? Nun gut. Ich würde schätzen, mit einer Kammer liegen wir niemals falsch. Vielleicht kriegen wir noch einen neuen netten Bonus, der vielleicht nützlich ist für irgendwas. Die Kammer der Verbindung. Erkenntnis genommen. Echow. Ja, ich weiß. Wir gehen nach Coruscant. Sobald wir hier fertig sind, fahrt zur Hölle, Kale. Fahrt zur Hölle. Jedi, Echow der Vergangenheit. Heimweh. Ein Padawan vertraut einem Freund an, dass die lange Zeit auf Kobo ihn den Jedi-Temper auf Coruscant vermissen lässt. Wir werden da hingehen, aber das hier hat jetzt gerade... Es ist gerade hier. So, nicht runterfallen. So, hier können wir über den Boden rüber gehen. BD. BD. Neuer Weg öffnen, bitte. So, eine Pappwand. Ist es. Ah, eine Datendesk. Das ist super. Von hier aus öffnen sich da hinten Wege. Das ist gut. Das verschließt zwei Wege, aber ich frage mich, warum. Gut, dessen bin ich mir noch nicht so ganz sicher hier. Sind das Raffelwände? Nein. Man muss... Man muss sicher gehen. Also, hier müssen wir irgendwie frei... Ah. Nein, ich verstehe. Ich verstehe, warum die Wände sich schließen. Aber erstmal gehen wir hier oben schauen. Auch Rick... Rick ist auch hier gewesen. Ich hab's mir schon gedacht. Rick ist einfach überall. Oh, wir können auch die Raffelwand benutzen da oben. Raffeln wir uns hier lang. Ops. Das hier zu schließen, sorgt dafür, dass wir in der Lage sind und Pfad mit BD hier rüber zu ziehen. So. Sieht sicher aus. Gefällt mir. Aha. Verstehe. Da ist er mal hier. Dann hier. Die Wahrheit fließt wie ein Fluss? Was bedeutet das? Wenn ich es nicht herausfinde, werde ich niemals ein Jedi-Ritter. Sie nimmt immer den einfachsten Weg nach unten. Ein Padawan hat mit Santara Q's Lektion zu kämpfen, wie auch mit der Logistik der Kammer selbst. Genau, wir haben jetzt hier die Abkürzung freigeschaltet. Das ist schon eine Abkürzung hierfür. Noch ein Echo hier. Er kann dem Rat nicht trotzen. Dagon Garra denkt, er muss tun, was richtig ist. Meister Rancisis wird das nicht zulassen. Anmaßung oder Tapferkeit. Wenn Dagon Garra dem Rat trotzt und Kobo sich auf die Evakierung vorbereitet, ärgern sich zwei Jedi über die bevorstehende Krise. Okay, wir konnten hier die Brücke rüberziehen. Aber was bringt uns das direkt? Denn hierhin kommen wir so oder so. Nur, da wir den Weg da unten frei gemacht haben. Hier muss die Materie weg und da unten muss die Materie weg. Hmm. Nein. Wie kommen wir an das Zeug für hier unten ran? Die Brücke zählt ja wohl kaum. Ah, okay, verstehe. Gleich wie gesagt, die dafür gebraucht wurde, nur ein bisschen weiter gedacht. Oder weiter getrieben. Einmal hier entlang. Und dann einmal über den ganzen Boden bis rüber zu dieser Materie da. Ey. Na also. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir den Fluss gleich von vorn starten müssen, um da oben ran zu kommen. Über die Brücke? Über die Brücke. Wir brauchen die Brücke und können dann den Strom da entlang gehen lassen. Nicht wahr? Ja, okay. Das heißt, wir müssen das normal machen. Einmal so. WD-Modus. WD-Modus. So nach unten. Das müssen wir ein bisschen länger ziehen, um sicherzustellen, dass wir genug Zeit haben, glaube ich. Mist. Das ist schon gelöscht. Okay, noch bin ich mir nicht ganz sicher, wie das am besten geht. So, wir müssen das Zeug rüber kriegen. Dann müssen wir die Brücke irgendwie, das Ganze auf die Brücke dran klatschen. Aber wie kriegen wir es dann nach oben? Von hier aus ist es ein bisschen schwierig, das Ganze richtig zu treffen. Also, gleich nochmal. Mal. Da ist es. Da ist es. Komm, triff. Triff doch, Kel. Mist. Ja, aber das ist voll schon. Das ist voll schon verlischt. Also, gleich nochmal. Wir müssen so ein bisschen freier werfen. Und hoffen, dass wir ihn vertreffen. Ich möchte sagen, diese Wahrheit hier fließt wie kein Fluss, den ich jemals gesehen hätte. Nein. Nein. Die Brücke ist nicht Besser nebenzuwerfen als das Feuer zu verlieren Wie ist er schon wieder daneben gegangen? Das ist doch unglaublich Die Brücke ist da Die Brücke ist da Das da hochzubekommen wird nicht ganz einfach Nein Vielleicht nicht schnell genug rüberkomme Aber ich glaube nicht ganz dran Knapp Hä? So Ich bin mir sicher wir haben das ganze drastisch anders gemacht als es intendiert war Aber wir haben es gelöst Das ist was zählt Ich bin ein Bonus Erholung Neuen Bonus erhalten Nicht sicher was es ist Aber von mir aus Haben wir hier in der Kammer noch irgendwas? Es gibt hier noch eine Datenbank Die ich übersehen habe Da müssen wir mal schauen Irgendwo gibt es noch ein Echo oder so Vielleicht in der erfolgreichen Kammer Denn hier leuchtet es manchmal ein bisschen sehr Das heißt man Da ist sie Das Echo So viele Kammern Die ganze Ausbildung Und wofür Eine geringe Chance auf einen Planeten Der vielleicht gar nicht existiert Private Zweifel Ein Jedi der Republik ist frustriert Weil die aufwendige und kostspielige Ansammlung von Kammern auf Kobo Ein Musterbeispiel für Verschwendung geworden ist Haben wir kurz mal die Kammer nebenbei mitgenommen Ist ja alles kein Problem Das ist ja alles kein Problem